Hallo liebe Leute! Ja, es geht los mit dem 900 Abonnenten-Special. Viele haben mich wieder gefragt, ob ich wieder so ein TS-Gespräch mache, wo ihr halt Fragen persönlich stellen könnt und ich die dann sozusagen persönlich beantworte. Ja, und dies machen wir dann auch. Das Ganze wird am Samstag 18 Uhr stattfinden. Also Samstag wird Punkt 18 Uhr ein Video von mir wieder hochgeladen, wie ihr es sonst auch kennt, wo wir das immer gemacht haben, mit den TS-Daten und dass ihr jetzt joinen dürft. 20 Minuten später komme ich dann sozusagen in den Channel. Ich werde da so ein extra Channel einrichten hier, Abonnenten-Special, wo ihr alle rein joinet, da könnt ihr euch so lange unterhalten. Ich denke mal, wir machen lieber nur 10 Minuten. Wichtig ist, ihr müsst euch ein bisschen beihählen, aus dem einfachen Grund, ich habe nur ein TS, was 50 Slots hat und bei 900 plus Abonnenten weiß ich nicht, wie viele kommen. Aber die damaligen Abonnenten-Special, da waren auch nicht so allzu viele da, da waren wir auch, glaube ich, 20 bis 30. Mal gucken, wie viele es diesmal wird, aber falls es wirklich voll sein wird, dann tut es mir leid, aber versucht ein bisschen schnell zu joinen, damit ihr auch reinkommt, ohne dass das TS voll ist. Okay, das war es eigentlich soweit. Samstag 18 Uhr kommt das Punkt-Video und dann könnt ihr alle rein joinen und mal gucken. Dann gibt es eine Stunde wieder. Fragen zu beantworten. Ich werde das Ganze natürlich wieder aufnehmen, für die Leute, die halt nicht dabei waren. Und danach, nach einer Stunde Fragen beantworten, kann man wieder eine Stunde zusammenzacken. Höchstwahrscheinlich wird das wieder Kondorsweig vielleicht sein oder was anderes. Mal gucken. Also, bis dahin. Tschüss.